Und da wird auch wieder her, Leute. Hier ist mal wieder euer Barbara Benni und wie ihr sehen könnt, befinden wir uns im Fortnite. Ich muss jetzt einmal kurz gerade nach unten halten. Mir ist nämlich Lego aus meiner Halterung gefallen, weil ich brauchte irgendwas als Gewicht. Und wenn die Halterung immer, also wenn das Stativ weiterfällt, wenn wir zusammengebrochen sind, dann wisst ihr, was eigentlich passiert. Meine Armee. Ich muss kurz das Handy wieder rausnehmen, weil da war noch irgendwas anderes. Und das Rücken. 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 Immer gut, wenn man Wölfe bei sich in der Nähe hat. Ich muss hier langs. Und das Rücken. Und das Rücken. Und das Rücken. Und das Rücken. Ich muss hier langs. ich hasse das immer noch dass man nicht einfach laufen und dabei das machen kann das will ich immer noch beschissen behindert real das ist ein realitätsbaum was ist denn aus dem guten baum geworden nein mein baum der gute alte baum ja 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 Untertitelung. BR 2018 Ich bin hier der Hacker, der Hacker, der Hacker. Wer ist hier der Hacker? Ja, ich, der Hacker. Boah, das tut mir aber leid. Wie cool, man kriegt davon immer noch Holz. Ich bin hier der Hacker. 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 Und hier der Hacker. Und dann habt ihr schon. Ich bin hier der Hacker. Ich bin hier der Hacker. Ich bin hier der Hacker. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020